Moin! Hallo! Ich bin hier gerade draußen bei den Schweinen und diese Thun ist extrem hartnäckig. Also das hat sich jetzt hier den Trecker scheinbar auserkoren, um hier ein Ei zu legen. Und den kann ich jetzt mal demonstrieren, weil ich habe es nämlich schon zweimal rausgeschmissen, dass die sich hier hinten schön in die Ecke setzen möchte. Na Mäuschen, alles klar? Ey, passt mal auf, geht jetzt gleich in die Ecke. Ich will da unbedingt ihr Ei drinnen legen. Naja, sie sucht noch. Naja, auf jeden Fall fand ich das schon gerade ganz schön lustig. Vor allen Dingen ist es wirklich das dritte Mal jetzt heute. Und ich weiß überhaupt nicht, wie du ausbüxen kannst. Die büxen irgendwie aus. Alle anderen büxen nicht aus. Scheint irgendwie besondere Büsse zu sehen.